Musik Skipp steht für Schulkits in Bewegung, der Höhepunkt der Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen in Frankfurt. Wir wollen Kinder in Bewegung bringen. Warum? Kinder, die sich bewegen, lernen besser, das heißt Sport ist auch gut für die Bildung und es gibt eine Win-Win-Situation für die Kinder, weil sie Spaß am Sport haben, weil sie ausgeglichener sind, weil sie selbstbewusster werden und weil sie besser lernen. Für Lehrer, weil sie zufriedene Schülerinnen und Schüler haben und für die Vereine, das ist dann, alle guten Dinge sind drei. Der Nutznießer, indem nämlich die Kinder und nach Möglichkeit auch ihre Eltern Mitglied im Verein werden. Also die Kinder nehmen es immer sehr, sehr gut auf. Die sind auch immer sehr begeistert. Kinder, die auch hierher kommen und die wir auch hier für unseren Verein motivieren können, sehen wir dann noch tatsächlich in unserem Verein. Als Mainova freuen wir uns sehr, dass Skipp-Festival in diesem Jahr unterstützen zu dürfen. Sport, Bewegung, aber auch Ernährung sind sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. So haben wir uns entschieden, in diesem Jahr zusammen mit dem Sportkreis den Sponsorenlauf durchzuführen, sodass hier Geld gesammelt wird für den Verein Balance. Insgesamt über 500 Kinder nehmen heute an dem Festival teil, das ist fantastisch. Dazu das ganze Programm in den Schulen über das Jahr hinweg. Also das finden wir sehr unterstützenswert und gratulieren da dem Sportkreis und der Stadt Frankfurt zu diesem tollen Projekt. Gesundheit und Ernährung spielt eine große Rolle, deswegen auch hier beim Skipp-Festival. Wir haben oben einen Stand, wo Kinder sozusagen lernen, wie man Smoothies herstellt, sie selbst das Obst schneiden und dann auch zerkleinern und dann ihr Produkt auch selbst verköstigen können. Der Schwerpunkt der Förderung der Mainova AG hier in der Region sind die Kinder, ist unser Nachwuchs. Und so finden wir das wunderbar, dass wir unseren Kunden-Kinder-Club Ignaz mit hier von der Partie haben. Und unser Maskottchen Ignaz ist auch hier als Fotomotiv sehr begehrt, sodass wir hier verbinden unsere Förderung im Sponsoring mit unserem Kunden-Club Ignaz. Wir stellen fest, dass es hier eine positive Entwicklung der teilnehmenden Kinder gibt und das stimmt uns optimistisch. Das heißt, unser Ziel ist, in Frankfurt eine Möglichkeit zu erreichen, dass wir alle Grundschülerinnen und Grundschüler mit Skipp bespaßen können und damit an Sport heranführen können. Das heißt, unser Ziel ist, in Frankfurt ein bisschen zu machen.